Untersucht man die innere Anatomie eines Blatts, lässt sich verstehen, wie die einzelnen Komponenten ihren Beitrag zur Funktionsweise leisten. Zunächst haben wir das Palissadenparenchym. Es hat eine wichtige Rolle, denn hier ist der Hauptort der Photosynthese. Die Zellen besitzen besonders viele Chloroplasten und können deshalb einen signifikanten Beitrag zur Photosynthese leisten. Gleich darunter liegt das Schwammparenchym. Es steht funktional in enger Verbindung mit dem darüberliegenden Palissadenparenchym. Es versorgt das Palissadenparenchym mit CO2. Es ist also ein Durchlüftungsgewebe. Das CO2 gelangt aus der Umwelt über die Spaltöffnungen oder Stomata ins Innere des Blatts. Das Schwammparenchym zeichnet sich dadurch aus, dass es grosse Interzellularräume besitzt. Interzellularräume sind Lücken zwischen den Zellen. Die sind luftgefüllt. Dort hat es also keine Zellen. Über diese Interzellularräume gelangt das CO2 im Blattinnern schliesslich zum Palissadenparenchym. Dort wird es gebraucht für die Photosynthese. Gleichzeitig entsteht bei der Photosynthese Sauerstoff. Zusätzlich verdunstet Wasser im Innern des Blatts. Beide Substanzen in gasförmiger Form verlassen das Blatt über denselben Weg. Die Interzellularräume dienen also für Sauerstoff, Wasser und CO2 als Transportweg. Weshalb wird Sauerstoff und CO2 im Blattinnern als Gas transportiert? Der Grund liegt darin, sowohl Sauerstoff als auch CO2 sind sehr schlecht wasserlöslich. Deshalb werden sie so lange wie möglich in der Gasphase transportiert. Lediglich die letzten Mikrometer in den Zellen des Palissadenparenchyms legt CO2 in gelöster Form im Zytoplasma zurück. Ein Blatt ist gegenüber der Umwelt durch die Epidermis abgegrenzt. Die Epidermis ist ein Abschlussgewebe. Die Epidermis schützt das Blatt, schützt einerseits vor dem Eindringen von Pathogenen, also vor Krankheitserregern wie Pilzen, Bakterien und Viren. Gleichzeitig erzeugt die Epidermis auch eine Cuticula, das ist eine dünne Wachsschicht. Diese Cuticula verhindert, dass Wasser aus dem Inneren verdunsten kann, in die Umwelt abgegeben werden kann. Die Epidermis zusammen mit der Cuticula ist also auch ein hervorragender Verdunstungsschutz. Das Blatt betreibt Photosynthese. Es entstehen Assimilate, das ist Zucker. Der Zucker, die Assimilate, werden vom Floem abtransportiert und im Rest der Pflanze verteilt. Gleichzeitig gelangt Wasser über das Xylem ins Blatt hinein. Beide zusammen, Xylem und Floem, werden auch als Leitbündel bezeichnet. Man erkennt Leitbündel sehr schön, wenn man ein Blatt gegen das Licht hält. Dann sieht man die Leitbündel als feine, dünne, lange Strukturen. Sie zeichnen sich ab. In diesem Beispiel hier sind die Leitbündel verzweigt. Das ist bei manchen Pflanzenarten so. Bei anderen Pflanzenarten sind die Leitbündel nicht verzweigt. Dann liegen sie alle parallel nebeneinander. Die Leitbündelung zwischen den Bellen und die ich noch jungeDay.